Das, was ich jetzt sagen muss, fällt mir besonders schwer. Unser langjähriges Gruppenmitglied Olaf wird nie wieder hinter der Kamera stehen. Wir waren gemeinsam noch zu einer Gedenkfeier und auch zu seiner Omenbeisetzung. Olaf, wir werden dich als einen lebensfrohen Menschen in Erinnerung behalten. Wir mussten erfahren, dass Olaf seinen Kampf gegen die Krankheit verloren hat. Mit seiner Hingabe für unser gemeinsames Anliegen, Geschichten, Ereignisse und Berichte in bewegte Bilder zu fassen, hat er die Arbeit von Mittenberg von Anfang an bis heute geprägt. Er war ein Macher der leisen Art, stets freundlich, gelassen, zuverlässig und von unermüdlichem Optimismus bis zuletzt. Ein versierter Kameramann und Schnittmeister, der sich immer in den Dienst von Mittenberg stellte. Wir waren sehr in Sorge um ihn in den letzten Monaten. Er hat uns gefehlt. Jetzt fehlt er für immer und wir sind sehr traurig. Er hat uns gefehlt.